Vor allem in den letzten Tagen, vor allem auch mit den Entwicklungen des Al-Achli-Krankenhauses in Gaza komme ich eigentlich zu dem Ergebnis, dass in allen drei Punkten der ORF in keinster Weise objektiv an die Sache herangeht. Wir wollen heute diskutieren darüber, ob die Medien über den neu aufgeflammten Krieg zwischen Israel und Palästina zu einseitig berichten. Der ORF, Frau Karebek, ist vor kurzem sehr kritisiert worden wegen eines Beitrags für die Kindernachrichtensendung, der den Krieg zwischen Israel und der Hamas erklären wollte. Der Beitrag wurde dann von der TVTG entfernt. Können Sie kurz erklären, warum und was da die Genese war von diesem Problem? Am Tag davor war ein sehr ausführlicher Beitrag, ebenfalls zu dem aktuell schwellenden Konflikt. Und am Tag darauf war es einer, der sich sehr auf den Gaza-Streifen und auf die Palästinenser fokussiert hat. Warum haben wir den runtergenommen? Weil ich in der Analyse letztendlich und im Gespräch mit dem Team auch befunden habe, dass man in einem Konflikt, in einem Krieg, wo sich die Dinge so schnell und rasant ändern, man schon überhaupt nicht voraussetzen kann, dass Menschen einen Gesamtüberblick haben über das, was berichtet worden ist. Und das war ohne, ohne darauf noch einmal Bezug zu nehmen, was ist heute passiert, wo stehen wir heute, war das einfach verkürzt. Und wir haben es nicht nur einfach nur runtergenommen von der TVTG, sondern wir haben es auch mit einem Begleittext versehen, warum wir das gemacht haben. Und weil wir einen Fehler anerkennen. Es ist ja von einigen Kommentatoren sehr drastisch dann formuliert worden. Also es wurde als Verharmlosung des Hamas-Terrors verstanden. Herr Gruber, warum wird das als Verharmlosung des Terrors verstanden, wenn jetzt solche Informationen fehlen, wo man aber vielleicht schon davon ausgehen kann, dass die breite Öffentlichkeit schon Bescheid weiß und dass das ja Teil der aktuellen Ereignisse ist, dieser Hintergrundbeitrag. Sozusagen der Punkt war ja, es hätte ja der Konflikt, es wurde auch der Krieg benannt, es wurde das Leid der palästinensischen Bevölkerung benannt und so weiter. Also wenn all das genannt wird, aber sozusagen der Grund für diesen Krieg nicht genannt wird, nämlich der Terroranschlag der Hamas, der unmittelbar davor dargestellt hat, dann wäre es in etwa so, wenn ich, also es fehlt einfach dann sozusagen das Zentrale, nämlich dann überhaupt der Auslöser dieses Krieges. Es gab zum Beispiel auch immer wieder sehr kritische, also seit dieser Attacke, diesem Angriff der Hamas, gab es immer wieder sehr kritische Wortmeldungen, auch von linken Politikern aus der gesamten EU, die zum Beispiel die ungebrochene Unterstützung der EU für Israel kritisiert haben oder auch eine Ministerin aus Spanien hat, sogar gefordert, Netanjau vor den internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Ich habe diese Dinge immer nur über soziale Medien gesehen. Warum hört man diese Stimmen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht? Natürlich haben wir auch Kritik an der Entscheidung der EU zuerst einmal irgendwie die Hilfe für den Gazastreifen sofort, also die finanzielle Hilfe, die ja besteht, sofort einzustellen kritisiert. Wir haben auch darüber berichtet, dass das wieder zurückgezogen worden ist. Natürlich haben wir genügend kritische Stimmen auch gehabt. Was ich jetzt gerne noch kurz ansprechen würde, ist, dass die Geschichte mit dem Einschlag der Rakete, von wo sie auch immer war. Vor allem muss ich halt schon sagen, in deutschsprachigen Medien insgesamt. Ich möchte jetzt kein Medium speziell herausnehmen, aber mit dem Angriff auf das Krankenhaus Al-Achli und Frau Karabax hat mich gefragt, sie wollen nachschauen, wann Tim Kuppel darüber geredet hat. Das war gestern in der Früh im Morgensjournal und um 9 Uhr, in der 9 Uhrzeit im Bild. Da hat er nachher einfach das wiedergegeben, was ich davor auf einem anderen öffentlich-rechtlichen Sender vom IDF-Sprecher gehört habe. Dann sagt Timo Kuppel aber nachher noch weiter, man kann das jetzt nicht herausfinden, da hat er Recht, da braucht es eine unabhängige Kommission, das ist schwer im Krieg und fügt hinzu. Aber ich weiß, dass die Hamas das tut. Die schießen aus Schulen raus, die schießen aus Krankenhäusern raus. Und bei diesem Beisatz sehe ich halt schon ein großes Problem, vor allem, weil seine Quellen, die er da vorher genommen hat, ausschließlich halt israelische sind. Und selbst der Economist hat heute einen Artikel veröffentlicht, und ich glaube, man kann einen Economist jetzt nicht nachsagen, dass er pro Hamas ist, indem er schreibt, dass das, was Israel präsentiert, sehr dünn ist.